Und Damen meine lieben Herren, Damen und äh, nichts von beiden, herzlich willkommen zu einem neuen, äh, Replay von League of Legends. Wir machen das jetzt öfters mal, das kommt jetzt eigentlich so willkürlich immer raus, immer wenn ich Bock hab, kommt mal so ein League of Legends Replay raus. Und ich sage jetzt gleich, den, der kann ich gar nicht leiden. Eigentlich kann ich natürlich nicht cool leiden. Ihr seht schon, wir haben hier, ne Menge Skins auf jeden Fall drin, ne? Und, ja, dieses Spiel hier, dieses, dieses eine Spiel, ist ein sehr trauriges Spiel, wenn man es genau nimmt. Ihr werdet gleich sehen, ich fange jetzt hier mal mit so einer Geschwindigkeit an. Dann sollte ich gleich losgehen. Genau, jetzt patch es. Na, gleich darf ich, oder? Na komm, ich darf jetzt, hält es auf. Genau, jetzt geht's los hier, die ersten paar Sekunden, die Leute rennen zu ihrer Lane, bla bla bla, das ganz normale, übrig hier, debakel. Äh, das Spiel ist ein sehr hartes, äh, Spiel gewesen. Ihr werdet sehen, der Anfang ist sehr cool gewesen für mich, und ihr werdet aber sehr enttäuscht sein. Es ist kein Gewinn. So, jetzt sehen wir hier, ich hab das mal hier drüben, der, Bluboff gemacht, hier unten geht's gleich ein bisschen los. Flitzkränke hat er mich gleich ein bisschen auf den Flüssen. Oben, Fladimir gegen, das kleine Giftmonster. Und da ging da, ist die Crap daneben. Hier auf der Mitte auch noch nichts Spannendes. Und wir machen hier mal ein bisschen, oh, ich wollte mal ein paar Paternungen jetzt hier. Fladimir hat oben auch die Überhand, unten sieht das schon mal aus. Und da kommt der, der von Litzkränk. Nichts gebracht. Soraka, hier hielt mich gleich wieder auf. Jungler-Farmers, mal fallen hier im Jungle ab. Fittestix hat er anscheinend ein bisschen länger gebraucht mit seinem Red Bar, wie ich gerade sehe. Bis Viertel hat sich gerade einstecken müssen ordentlich. Soraka hielt mich gleich wieder auf. Sieb war da so ein Heal draus. Da hätte ich auch Blitzkränke gekrappt. Oh mein Gott, ich stünde mich renne weg, weil ich angebrannt wurde. Farm noch dort ein bisschen, das Farm hier in dem Spiel, der hat ein bisschen einen Nachteil gehabt. Also, das hat nicht ganz so hingehaut da. Wir hauen da. Hingehaut. Ah, da ist der Wolke wieder. Hallo Wolke. Ich kommentiere gerade ein, ähm... Hallo. Mit Brottag hat er die Ecke von Setsuani. Wir schatten hinterher Flitzkränk und stirbt erstes Blut für Lucien. Das in dem Falle ich wäre. Äh, wir nehmen gerade hier ein, äh... Ich tue gerade hier ein aufgenommenes Gameplay kommentieren. Ich nehme ja jetzt alle meine Games auf. Also, was ist ein Commentary? Genau. Und kommentiere das jetzt nur noch und haue ab und zu mal so ein Gameplay aus, wenn ich es so cool halte. Ja, Fürstblatt von mir nach Minute 4. Farm-technisch sieht es so aus, dass ich momentan auch der Beste bin. Und da sinnloser Jump vom Jungler mit Gank hat nicht funktioniert. Ich lasse mich hier ein bisschen anhütteln von dem Gegner von Adazie, der Thoraka mich ja eh aufhielt. Mitlein ist gut gepusht. Auf der Top-Land sieht es ganz, äh, interessant aus. Und da kommt ein Gang von Setsuani von hinten. Hier im Flash-Up-Zern schon raus. Da geht's hoch. Setsuani zieht's und, ja. Gang verklauht aus. Setsuani nicht gekriegt. Unten auf der Bot ist während des Blitzkränks wieder da. Ein Level unter uns. Auch die Mitteln ist ein Level. Oder zumindest etwas weiter rüber. Und ihr werdet es sehr schnell verstehen, soweit es uns mit Game geht, warum dieses Spiel sehr schlecht im Endeffekt gelaufen ist für mich. Und warum wir das verloren haben. So, hier sehen wir jetzt haben wir ein bisschen Action. Da oben geht auch die Action gerade ein bisschen ab. So, das war das zweite Blut für uns. Blitzkränk macht halt den Wurf gerade kaputt. In dem Moment bin ich von dem Gang ausgegangen, von Fiddle Sticks, weil, äh, gibt es für die Sinn, ne. Kam aber nichts. So, ein bisschen draufgegangen. Fiddle Sticks ist auf der Mitte gerade unterwegs gewesen. Das habe ich natürlich in dem Moment nicht gewusst. Aber jetzt sieht man das gerade so ein bisschen. Farmtechnisch bin ich mit einer der Beste. Ich sage mir, er legt auch ganz viel los. Da kam der Crap von Blitzkränk. Ich schwöre mal ein bisschen vor wieder. Immer noch kein Junker und ihr seid so einige Gankt ganz gut. Fiddle Sticks dominieren wir ganz okay. Oh, da ging es, genau. Irgendwann sind sie ab. Er kommt der Gegner ABC. Ich jump durch. Nicht bekommen. Fiddle Sticks geht gerade weg. Der kommt auch gleich runter hier auch zu uns auf die Geburt. Oben sieht man jetzt, dass Sinch langsam die dominante Phase bekommt. Durch sein extremes Gift. Er hat sich auch, glaube ich, er hat erstmal nur Mana-Item geholt. Okay. Da ging der Fake-Rap wieder von Blitz. Stimmt, und jetzt nicht hier. Mitlehrer kommt. Legt sich mit der Johnny an, weil er über den Senkt, das ist okay, gut. Wir gehen auf den Fizz los. Fiend ihn nicht. Da kommt der ABC. Fizz kommt zurück. Ah, hier ist noch nichts passiert. Okay. Ich habe das Spiel vorhin erst gespielt. Dadurch bin ich dann auf Bronze 3 wieder abgesagt. Das ist nicht so schlecht für mich gewesen, das Spiel. Äußerst schade eigentlich, aber war leider so. Und dieser Sinn stehe kann ich daher nicht leiden, da er das Grund war, der Grund war dafür, dass ich abgesagt bin. Aber das werden wir alles noch sehen. Das werden wir alles noch im Laufe des Spielzugs erleben. So, da bin ich jetzt weggegangen, hatte mein großes Schwerpunkt. Man sieht es, ich kaufe mir das große Schnapp gerade. Unten, das war gerade sehr knapp bei der Johnny mit dem Blubber. So, hier war nichts. Ich gehe da hin. Fizz-Train. Oh, Moment, das habe ich jetzt. Okay, guck mal, Fizz 6 an, Fizz 6 kommt. Haut die Ulti. Er kann nicht hin kommen. Und, Sturz. Durch den Drang hat er sich nochmal am Leben behalten in der Fizz. Und es geht zu uns, da hat man siebt, Fizz 6 oben noch. Jetzt geht es ab. Erster Kill für uns. Fizz 6 kommt langsam runter. Da pinkt er gerade, dass er runterkommt. Weil jetzt wird es doch lustiger. Ihr werdet gleich sehen. So, Raka wurde im letzten Moment. Wir sehen, Fizz 6. Da Stubft. Blitzcrank. Fizz 6 habe ich dann nicht angegriffen, dass er auch mehr zu creepy ist. Durch seinen Verschwimmen und so. Da rennt er Jungler lang. Hat keinen Sinn zum Gank. Deswegen, guck, Gegner hat den Redbuff da, holt ihn sich. So. Da ist natürlich alles möglicher noch. Und da, oh mein Gott. So, man sieht schon, dass da oben der, ähm, der Zinsschlag dann zum Potte kommt. Ob der Mitte ist immer noch sehr ausgeglichen. Keiner fiedelt da bis jetzt. Ich bin schon gut gefiedelt. Ihr seht, da kommt die Ulti von Miss Fortune voll daneben. Weiter geht's. Ich spiele davon. Das sollte, glaube ich, auch ein Kill werden. Genau, Blitzcrank verfolgt mich halt natürlich so keine Chance gegen mich. Braucht mich nochmal hoch und stirbt dann. Bis Fortune kommt hier, habe ich halt keine Chance mehr. Krieg sie aber noch nicht gut runter. Man sieht das hier. So, Raka pingel ich dann, dass sie weggehen soll, weil das klingt nichts. Das wird, dass sie verschwindet. Da wieder Gang von Fiddle Sticks. Mordekaiser schafft es nicht, da wegzukommen. Setzt seine Ulti noch auf den Fiss, was ihm jetzt im Endeffekt auch nicht viel bringt. Und Fiss entkommt wieder. Setsuani macht sich auf den Weg in unseren Jungle. Ich weiß nicht, ob sie da zum, schon seit letztem, glaube ich, gerade zum Gank an. Weil ich gerade das erste Mal gestorben bin mit Fiddle 1. Man sieht, meine Alte sind da schon recht gut. Kommt sie runter. Moment, da kann sie noch nicht. Sie wartet, sie wartet, sie wartet. Sieht, okay, jetzt komme ich. Und wir sind ja, Blitzcrank kommt rein. Setsuani bricht vor. Und da geht es ab, Setsuani kommt. Und dann und tot. Fünftelstück Hilfe für mich. Ihr seht, ich gehe der Amiga ab, gerade auf der Botlane. Das ist so wirklich gut gewesen. Der Sint strollt den hier ein bisschen. Da, auf der Mitte hin geht es wieder ab. Fiss hat mittlerweile jetzt zwei Kills. Mordekaiser hat gar keinen. Da kommt Fiddle Sticks. Haut, glaube ich. Ne, haut seine Räuble nicht in dem Moment. Fiddle Sticks geht wieder. Wieder abgebrochener Gang. Und erste Midtower fällt hier. Minute zwölf. Gelbunterschied, weil wir sind immer bei 2k. Wir können uns den Gelbunterschied pro Person anschauen. Man sieht hier mich mit 4.500 absolut oben. Dann zweites Geld. Und 2.500 hier einmal. Und hier drüben habe ich gerade auch nochmal 2.200 gesehen. Also wir finden es schon Geldtechnisch ganz gut. Tower haben wir jetzt eingekillt. Da ist wieder der Gank. Und, 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 und. Da stoppt. Fiddle Sticks an mir. Weiter geht's. Versuchen da noch zu ganken. Funktioniert aber nicht. Das geht wirklich. Und. Stoppt an Sejuani. Jetzt im späteren Spielverlauf mache ich noch einige Kills, die ich so eigentlich gar nicht wollte. Ich wollte eigentlich ein paar Kills noch abgeben, aber durch den massiven Schaden, den ich gedrückt habe, da ich mir auch sehr viele Akten mit rein und scrollt habe. Logisch mit ABC, aber das war halt doch ein bisschen sehr krass, weil ich ein Schaden der Weg hatte. Hier sieht man uns jetzt nicht hier. Und mal die Ulti gezogen. Da kommen wir nachher noch ganz geile Akten, was die Ulti anbetrifft. Mittlerweile sind wir jetzt mit 3K, sind schluss oben am Tower. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt killt oben. Ne, der kommt gleich hier gerade hoch. Da hat der Tower mich jetzt fast gekillt. War ich in der Hardwarekampf gegen Synch, also da kann man nicht anders sagen. Erfarmt auch wirklich sehr OP. Nimmt mich da fast schon aus dem Farm. Da ist der Chani. Flasht da irgendwas Sinnloses vor sich hin und stirbt leider dabei. Ich habe hier unten gerade den Wort gesehen. Den Wort hier, den unten, den sieht man. Den mache ich jetzt auch gerade kaputt, wie man gleich sieht. Den habe ich nicht gewohnt kannt. Den habe ich auch nicht zerstört. Genauso wenig wie den da oben, den kannte ich auch nicht. Ja, hier gehe ich erst beim Back. Man sieht es gleich, ich werde mir wahrscheinlich auf Blutdurst zu gehen. Da so rakeln wir jetzt die ganze Zeit. Mana gebrauche ich jetzt kein Tower Refund. Oder wie der Style sich nennt. Genau, da habe ich den Blutdurst zu gekauft. Jetzt geht es mir gerade noch ein bisschen ab. Stürbt aber, glaube ich, keiner. Genau, jetzt bin ich gleich da. Oben zwei gegen Kladimir, Kladimir überlebt. Aber, wieder so eine sinnlose Ulti von der Svirtchen. Die ging aber bis auf Zack, muss ich sagen. Also, die war so ein typisches. Okay, der ist tot. Das war so eine typische. Und, da geht ab. Ich glaube, da habe ich mich noch mal gefehlt. Nee, bin ich noch weggekommen. Fizzkrieg stirbt. Genau, Sünsch da. Oben ist jetzt noch kein Kill. Aber, Ebitz harter Tink mit mega viel Damage, was das angeht. 60 Fähigkeitsstärke schon, 66 Fähigkeitsstärke. Da haben wir dann gegenseite Mane gekommen. Ich habe auch schon ein Blumer fertig gemacht. Sennsch da, die stoppt am Kill. Und, da hat er dann 8 Kills gemacht. und da stoppt man sieht schon das greift sich langsam ausgegeht wo sind noch 2k unterschied hier das entgekirrt nur noch fünf tode meines kurs immer noch recht erbaulich andererseits hat natürlich kein anderer war ziemlich viele es ist auch kleine märzigen grenzen und morik halber sechuan ist auch okay eigentlich besetzt ist eigentlich alles okay so wird aber gleich sehen dass gleich hier bin ich gerade den dragon mit zu soraka den wir auch bekommen letztendlich sechuan kommt er noch runter um geht kampflos den strukturen nicht wird gekillt so dass ich gerade den blubuff den wissen natürlich nicht dass der blubuff nicht mehr da ist und ja gehen wieder sehr intelligent da noch ein wort hinzusetzen wenn der blubuff eh schon weg ist muss man nicht verstehen sind macht sich das im nächsten haus habe ich gerade gepinkt gehabt mordekaiser macht sich da auf dem weg um sind aufzeigen aber ich habe mich gerade um den 2 kümmer habe dann gegen blitz und links aber dann doch noch kein bock gehabt auch wenn ich sechs kürzchen hatte aber dann waren wir da ein bisschen zu greedy hier sieht man dass die blitz kommen blitz weiß wo ich bin er crappt mich auch an sich ran ich kill ihn hier rein und jump raus habe ich das gar nicht gesehen ich habe mir noch einen schnellen hier reingeschaut und kam raus und da wollte ich dass man sich an dieser kids da wollte ich nicht nur helfen dann ist er leider zu doch einem kill geworden das war nicht schlubt ja im gift aber holt sich noch so raka flasht da sinnlos ins kipfel ist ja wirklich wie alle permanent hinter seinem gift herren und naja ja hier kriege ich dann letztendlich war so lasse ich mir nicht verarschen ich habe ja sind ich selber gespielt die ganze weile ich habe ich nie gekriegt war das die stelle wo ich gekriegt habe die stelle ist glaube ich hier ewig lange jetzt rumgelaufen wenn wir gucken mal kurz gesincht genau da ist er hier lang gelaufen und wir haben nicht mehr bekommen dass genau das war die stelle später habe ich mir auch nicht selber oder weise habe ich dann doch bekommen geltlich gesehen ist es wieder ein kamer von uns dazu gekommen zwei türme für jeden aber man sieht hier in der mitte der fein gleich die türme man muss sagen das spiel hat sich letztendlich glaube ich dann durch schlechte zwischen making durch schlechte maps entschieden einfach aus dem grunde da wir nicht darauf geachtet haben was die gegnerische minions tun und da einfach mal alle tor verloren haben das war ein glaube ich da wo das spiel sich entschieden hat wie sie man geht da rein ich bin nicht im teamfight gerade ich versuche gerade die miniser auf der bot zu drücken wenn ich in allen lanes gepusht werden was wünscht und fortune da gut betrieben haben da die mir kämpfe noch gegen sind kommen wir manchmal die hiebelechtung rein da kommt wieder die morgana die ulti mega sinnlos da kommt der failcrap ich pushe die lane noch ein bisschen raus seh ok ist ja noch frei mindestens da für das kommt wieder ulti rein ich krieg keinen kill hin doch so und jetzt kommt glaube ich die stelle mit der ulti die fand ich mega gut die ulti war das jetzt die stelle hinterher genau die flash hielt sich haut alle ihre tränke rein und jetzt darf sich auch mega beschwert warum ich denn meine ulti für sie auf brauchen würde fand ich dem moment aber mega gut gemacht und da sehe ich jetzt rein rennen und das fand ich mega gut also das war wirklich so der blitz reaktor sie kam rein und sofort gezogen hat sich auch mega aufgeregt war ich mich denn so schlecht wir haben eine ulti verbraucht hätte das war es aber schon der ich habe umdrehen können und den killen können jetzt ist der erste fall glaube ich wurde ja sind mit reingehen und ihr werdet gleich sehen das wird glaube ich jetzt ein der macht uns hier einfach mal easy mit uns weil unser leben man ist alle lohn der feld denken ich habe das die power noch dauernd schnell da fliegt die ulti von chris und da kommt so die ströte und das gehört aber mich erst mal ok 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 ich überlebe das natürlich überhaupt nicht aber keine chance gegen die abgibt sterbe ach siehst du mal da hat die ihr wirklich in dem pentakill genommen da hat sie ihn wirklich den pentakill genommen hier man sieht es erster kill durchs gift haut hier und da kommt wieder noch ein kill durchs gift noch ein kill durchs gift und dann kommt so racker er ist schon auf jeden Fall und er hat echt den pentakill dann die miss fortune verloren hätte auch noch bekommen das ist echt meine miserable sache ich habe zum glück geettet da muss ich nachher noch mal gratulieren wir wollen mal ein bisschen die okio machen wenn er sind weil ich vielleicht ein ziemlicher freund von sincht aber ganz ehrlich die meisten können sind gar nicht richtig spielen und deswegen verkacken sie alle aber der typ der konnte das wirklich richtig gut er hielt sich ein bisschen auf das war jetzt vielleicht nicht eine intelligente idee weil ich glaube das ist jetzt der moment wo ich ihn gekillt habe ja ich glaube das ist ja genau mit die ulti er kann dann natürlich automatisch da wegkommen und stuft einfach und jetzt seht schon das gift hat mir jetzt schon wieder den zehnten meines Lebens abgezogen also der ist zwar echt heftig das hat keinen spaß gemacht ich glaube er hat ja auch noch mal die magie durchdringung ah ne verringert die magieresistenz bluboff habe ich den moment stehen lassen ich weiß auch nicht warum was ich achtschne mich am team weg moore ich heiße hier und geht drauf und cool so jetzt den blitz noch schnell gut und war hinterher gerannt witzig der blitz haben wir glaube ich nicht bekommen doch das zymseer ist halt irgendwie stehen geblieben das war das ein kill ah ok das war gut und da kommen die nächste ach das sollte eine Falle werden jetzt sehe ich das das sollte wahrscheinlich eine Falle werden hat aber nicht viel gebracht